Jede zweite Chance beginnt mit dem ersten Schritt. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Jede zweite Chance beginnt mit dem ersten Schritt. Gedanken zum Leben. Das Leben ist eine ständige Abfolge von Entscheidungen, Chancen und Herausforderungen, die dich immer wieder vor neue Prüfungen stellen. Manchmal verpasst du eine Gelegenheit, machst Fehler oder stößt an Grenzen, die dir unüberwindbar erscheinen. Doch genau in diesen Momenten, in denen alles ausweglos wirkt, eröffnet sich oft die Möglichkeit einer zweiten Chance. Diese Chance entsteht nicht durch bloßes Abwarten, sondern durch aktive Schritte. Jede zweite Chance beginnt mit einem bewussten ersten Schritt. Diesen zu erkennen und zu nutzen, kann dich in deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung entscheidend voranbringen. Doch was sind die Voraussetzungen und Gedanken, die dich dazu motivieren, diesen entscheidenden Schritt zu wagen? Die Bedeutung von zweiten Chancen. Zweite Chancen sind nicht nur ein Ausdruck von Neuanfängen, sondern auch von Hoffnung und der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Sie geben dir die Möglichkeit, Geschehenes zu überdenken und dich auf einen neuen Weg zu begeben. Oftmals bedeutet eine zweite Chance, sich aus schwierigen Umständen zu befreien oder eine zuvor verpasste Gelegenheit noch einmal zu ergreifen. Was zweite Chancen so besonders macht, ist das Bewusstsein, dass sie durch Reflexion und Lernprozesse entstehen. Du wirst dir der gemachten Fehler bewusst und hast die Möglichkeit, sie diesmal besser anzugehen. Dadurch ist jede zweite Chance wertvoller, weil sie mit Erfahrung und neuem Wissen einhergeht. Der erste Schritt, Überwindung der Angst Der erste Schritt, eine zweite Chance zu nutzen, erfordert Mut. Es ist nicht einfach, nach einem Rückschlag oder einer Niederlage wieder aufzustehen und einen neuen Versuch zu wagen. Oft hält dich die Angst vor erneutem Scheitern zurück und die Gedanken an vergangene Misserfolge machen dich zögerlich. Doch der einzige Weg, diese Ängste zu überwinden, ist, den ersten Schritt bewusst zu setzen. Dieser Schritt könnte der Beginn eines völlig neuen Kapitels sein. Egal, ob es sich um den ersten Schritt in Richtung einer neuen Karriere, einer Beziehung oder einer persönlichen Veränderung handelt, er ist entscheidend und kann Türen öffnen, von denen du vielleicht noch gar nicht wusstest, dass sie existieren. Selbstakzeptanz Fehler als Lernprozess Ein essentieller Gedanke, den du dir immer vor Augen halten solltest, ist, dass Fehler zum Leben dazugehören. Fehler sind nicht das Ende, sondern der Anfang einer wertvollen Lektion. Jeder Fehler, den du machst, bietet dir die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen und deine Sicht auf bestimmte Situationen zu verändern. Es geht nicht darum, deine Fehler zu verleugnen oder dich dafür zu bestrafen, sondern vielmehr darum, sie anzunehmen und aus ihnen zu wachsen. Akzeptiere deine Fehler als einen natürlichen Teil des Lebens und verstehe sie als Sprungbrett für neue, bessere Entscheidungen. Vertrauen in die eigene Stärke Nach einem Misserfolg fühlt man sich oft entmutigt und zweifelt an den eigenen Fähigkeiten. Doch gerade in diesen Momenten ist es wichtig, an die innere Stärke zu glauben. Du besitzt die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und dich neuen Herausforderungen zu stellen. Diese innere Stärke wird durch jeden Rückschlag gestärkt, denn du lernst, dich wieder aufzurichten und weiterzumachen. Vertraue auf deine Fähigkeiten und darauf, dass du genug Kraft hast, um auch den schwersten Situationen mit Entschlossenheit entgegenzutreten. Geduld und Ausdauer als Schlüssel Auch wenn der erste Schritt entscheidend ist, wird sich nicht sofort alles zum Besseren wenden. Es braucht Zeit, Geduld und Ausdauer, um die Früchte einer zweiten Chance zu ernten. Rückschläge und Hindernisse werden unvermeidlich auf deinem Weg erscheinen. Doch genau hier zeigt sich die wahre Stärke. Du darfst dich nicht entmutigen lassen, wenn der Erfolg nicht sofort eintritt. Jeder kleine Fortschritt bringt dich näher an dein Ziel und stärkt dein Durchhaltevermögen. Ausdauer ist der Schlüssel, um langfristig Erfolg zu haben. Selbstreflexion als ständiger Begleiter Um eine zweite Chance erfolgreich zu nutzen, ist es unerlässlich, regelmäßig innezuhalten und deine Fortschritte zu reflektieren. Selbstreflexion hilft dir, vergangene Fehler besser zu verstehen und zu vermeiden, dass du sie wiederholst. Durch die Reflexion deiner Gedanken und Handlungen gewinnst du Klarheit über deine Ziele und die Schritte, die notwendig sind, um diese zu erreichen. Frage dich regelmäßig, welche Erfahrungen du gemacht hast und wie du diese nutzen kannst, um deine Situation zu verbessern. Unterstützung von außen annehmen. Es ist völlig legitim, auf deinem Weg zur zweiten Chance, Unterstützung zu suchen. Freunde, Familie und vertraute Personen können dir nicht nur moralische Unterstützung bieten, sondern auch neue Perspektiven aufzeigen. Du musst nicht alles allein bewältigen. Manchmal reicht ein gutes Gespräch oder der Rat einer erfahrenen Person, um dir den richtigen Weg aufzeigen. Scheue dich nicht, diese Unterstützung anzunehmen, denn oft sehen andere Möglichkeiten, die dir im Moment vielleicht verborgen bleiben. Die Kraft des Neuanfangs Jede zweite Chance birgt in sich die Kraft eines Neuanfangs. Diese Möglichkeit erlaubt es dir, dich von alten Mustern und Gewohnheiten zu befreien, die dich vielleicht davon abgehalten haben, dein volles Potenzial zu entfalten. Ein Neuanfang ist eine Chance, dich neu zu erfinden, neue Fähigkeiten zu erlernen und alte Fehler hinter dir zu lassen. Diese Freiheit kann dir helfen, das Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten und dich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Positive Gedanken fördern deinen Erfolg. Deine innere Einstellung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine zweite Chance zu nutzen. Positive Gedanken und Überzeugungen können dir dabei helfen, Schwierigkeiten zu überwinden und das Beste aus jeder Situation zu machen. Anstatt dich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren, richte deinen Fokus auf die Möglichkeiten, die vor dir liegen. Indem du positiv denkst, stärkst du deine Motivation und schaffst die Voraussetzungen für nachhaltigen Erfolg. Realistische Ziele setzen Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Ergreifen einer zweiten Chance ist das Setzen realistischer Ziele. Diese Ziele sollten klar definiert und messbar sein, damit du immer den Überblick über deinen Fortschritt hast. Durch das Erreichen kleiner, aber greifbarer Meilensteine bleibst du motiviert und fokussiert. Es ist wichtig, dass du deine Ziele regelmäßig überprüfst und anpasst, um sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Top Tipps und Tricks für den ersten Schritt in die zweite Chance. Reflektiere über deine vergangenen Erfahrungen und lerne daraus. Entwickle eine positive Einstellung, um Herausforderungen als Chancen zu sehen. Setze dir realistische Ziele und überprüfe regelmäßig deinen Fortschritt. Vertraue auf deine innere Stärke und deine Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen. Nimm Unterstützung von Freunden, Familie oder Mentoren an, wenn nötig. Übe Geduld und Durchhaltevermögen. Veränderungen brauchen Zeit. Sei offen für neue Perspektiven und bereit, dich weiterzuentwickeln. Verurteile dich nicht für vergangene Fehler, sondern nutze sie als Lernprozess. Sei mutig und geh den ersten Schritt, auch wenn er sich schwer anfühlt. Glaube daran, dass jede zweite Chance eine Möglichkeit für Wachstum ist. Mehr im Buch Gedanken zum Leben, Blick auf die Welt und dein Ich. Sprüche und Zitate hinterfragt und nachgedacht. Selbstreflexion und die Suche nach dem Selbst. Philosophie und Spiritualität auf Amazon und auf www.markusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcastreise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.